so wir tun einfach so als hätten wir das kann eben wieder nicht gesehen die leute seid gegrüßt herzlich willkommen zu einer neuen runde subsystems hier zusammen auf youtube am mittwoch mittwoch ist ein besonderer tag meine mutter geburtstag also happy birthday als aller erstes hier von mir an meine mutter so aber egal heute bei subsystems unterwegs jetzt mit funktionierenden mikro danke natürlich wieder an den live stream chat der mich hier gerettet hat vor wieder wahrscheinlich 20 minuten folge ohne zu reden deswegen ist das beste dass das ganze live aufgenommen wird ich grüße natürlich hier den gert und den salazar moin moin der hat fuchtel schon wieder wild mit einer angel rum dabei haben wir gelernt angeln nur nachts und wir haben glaube ich gut essen wir brauchen eigentlich kein kühlschrank aber ja wir haben noch einen neuen kollegen mit am start den kohlen ja der ist irgendwo lavala pampa unterwegs versucht er bei besten wetter richtung base zu kommen was natürlich gerade jetzt bei dem schnee was ist das ein für monat jetzt wir sind im november und stehen wieder drei vier nervige monate das ist das schneit es auch macht man die map auf das schneit auf damit wie sie sehen sie nix unter wasser überleben hilft wo bist du denn überhaupt du weißt du weißt du weißt du dich gut auf der karte aus da wo ich jetzt bin war ich noch nie ach mist muss sich ja einladen auch damit unsere basis oder können könnt ihr ihn auch einladen oder kann ich das mal versuchen noch schnellen red zu erledigen das ist hier gerade direkt an der base ich habe kein pfeil mehr auch gott einladung raus ist wahrscheinlich ein paar mal hier die statistik hoch treiben siehst du das noch wahrscheinlich nicht ne ich hab keine ahnung wo das ist hast du noch pfeile was mir 23 geben versucht das sondern so ich habe auch die jacke ist nicht so schnell kalt da muss ich gleich mal gucken dass ich heute also heute bei mir steht im titel wir brauchen noch mehr strom ich denke dass wir versuchen noch ein weiteres windrad zu bauen hat im winter denke ich macht windrad mehr sinn als eine protovoltaik solaranlage hier auf dem dach und das werden wir auf jeden fall versuchen rohstoffe müssten wir ganz gut haben vom letzten mal noch da ist ein huhn die muss sich auch abschießen damit wir die federn krieg für neue pfeile genau oder wir auch wieder das blöde nicht mehr schade angeschossen aber ja wir spielen nach wie vor ohne gegner also wenn dann kann es nur jemand aus dem team sein dann für die glückwünsche geben damit wird noch mittwoch dann direkt mal weiter sondern da vorne war irgendwo ein wolf da ist er wolf schleicht richtung base und der knurrt ich lauf mal weg wie sind eure temperatur empfinden jetzt draußen ihr habt ja keine jacke an wird ihr minus oder wie ist das bei euch ich habe null grad ok null habe ich auch ich habe zwei bei plattform 1 ach komm von rechts der löwe von links der bär und in der mitte die tasche scheiße löwe da ist er noch moin gerne ein oberteil anziehen dafür kannst du dir wahrscheinlich so ein paar einzelne sachen kann man durch kräft man sollte natürlich jetzt nicht im wild alles weg kräften was wir so an materialien haben das ist auch logisch aber ansonsten kannst du gerne natürlich ein t-shirt machen oder was damit du ein bisschen wärmeschutz christ das auf jeden fall ein fleisch hast du nicht so viel zeit für draußen was mache ich mir denn zu essen ich brauche eiweiß macht er eigentlich eine leber mit zwiebeln oder irgendwie ein steak mit ei kümmern sich um warme klamotten das andere kann ich noch nicht machen weil ich habe keinen fehler sagen wir mal so ein bisschen fleisch weg essen wir haben so viel fleisch was ich mache mir leber mit zwiebeln oder so ne strom haben wir ganz gut da was wollten wir denn beim letzten mal machen war das tatsächlich habe ich gespart für ein neues windrad ich weiß es nicht mehr so leber mit was hast du den masserverwerter wolltest zu tun genau den natürlichen ohne strom verbrauch ach so ja aber nicht ohne strom aber weniger oder was 2,5 nur zwei aber instant du kannst da irgendwie zeugs reinschmeißen oder wie ich erledigen im zweifel noch einmal anschließen und dann zu base laufen und läuft er hinterher und erledigen so das gute routine kommen hier mit rein ist gar nicht verarbeiten hier wird geschmolzen werden wahrscheinlich auch noch mal wieder einen neuen genau die wollte ich gerade einmal kräften müssen wir den dietrich auf tasche habe das kostet auch 500 strom ist immer unglaublich wie viel strom der ganze quatsch kosten so wirklich also nächstes windrad wäre wir brauchen sechs mal klebstoff wir brauchen drei von den blauen platinen weil da habe ich auf tasche aber klebstoff mal gucken und die platinen müssen das ist immer blöd wieder wegschirmt der christian schwer wieder diese blauen platinen stellt man die her da braucht man elektrische teile erlangen und da müssen wir auch mehr als genug von haben die gras muss auch in den kühlschrank seegras muss auch in den kühlschrank in dank habe ich reingeworfen gut dass wir immer chat haben da aufpassen achtet auch auf hühnern lieber chat acht klebstoff haben wir auch genug das ist ja ideal also ich kann weil wir genug strom und sowas haben kann man noch eine weitere windmühle platzieren wir sollten gerne zehn stück haben stand bei mir im chat 10 windmühlen windräder damit haben aber ein bisschen was passiert am strom weil wir haben ja nicht immer ohne einen biokraftstoff und essen ist gekocht und essen ist fertig hat sich an die beide vergiftet ihr soll doch nur den wolf einledigen das ist ein level 4 jetzt lohnt er sich cool du hast doch sogar eine schrotflinte was ist weil man der freut aber auch nix erstmal war er hat noch vier der wolf ist erledigt hoffe ich kriege mir vor und haben wir das bett noch aufgeladen bevor du spawnst so dann müssen wir das bett wieder auffüllen wahrscheinlich neue und vier fährt hat er jetzt getroppt der wolf ein fleisch und ein leber glaube ich also tiere haben wir derzeit eh nicht warten wir dann auch noch ein bisschen bei den beten haben wir oben gesagt dass wir erstmal abernten also erstmal versuchen die bete ein bisschen leer zu kriegen und dann sorten mäßig nachher beet für beet vorgehen also keine neuen anpflanzen bevor nicht leer ist der ist auch fast leer hier habe ich holz ich glaube ich habe kein holz auf tasche ich habe holz bei mir okay ich nehme aber nur die flaschen raus und fett rein muss schon unter wasser muscheln auf muscheln für perlen das ist sand das ist eine muschel für perlen macht natürlich sinn wenn ich sowieso diese elektro teile machen möchte stöcke anstatt holz da kann man masse draus machen relativ einfach oder was war das denn das habe ich jetzt die umrechnung habe ich mich noch nicht verstanden der braucht trotzdem strom aber du kannst da mehr masse rauskriegen wenn du da stöcke reinschmeißen ganz entweder holz stöcke reinschmeißen oder stöcke ein holz bei mir im single player bringt eine masse bei zwei strom und ein stock bringt 0,6 masse auch bei zwei strom der verbrauchen die 2,5 strom und macht die dann 0,2 masse ich brauche strom mindestens 350 für ein leben ja ich schmelze gerade fett dann können wir den generator anschmeißen aber wir müssen echt sehen dass wir mehr fett rankriegen solange wir noch also ich baue gleich eine dritte windmühle da fehlt nicht mehr viel außer strom weil wir haben leider kein leben im bett das heißt nicht tot gehen also ein generator schon mal an kein steak mehr im kühlschrank tun ach ich brate mir das einfach so da sehe ich jetzt so ein Stück fleisch sehe ich gerade so einen kühlschrank habt ihr gesagt Leder so ich habe jetzt was brauche ich denn was fehlt mir denn eigentlich noch eine bessere Hose und noch ein besseres Oberteil um noch mehr Wärmeschutz im Winter auch zu haben es gibt noch strapazierfähige Hose ich habe sogar nur die leichte Hose die mittlere Hose brüchte ich 6 Stoff 6 Fehlern daran scheitert es so viele Fehlern haben wir aktuell nicht üblich eine Rehle in Richtung Norden eine Rehle in Richtung Norden oh moin Gotti eine Rehle in Richtung Norden ich bin ja im Norden steak halb gar wird schon wieder dunkel oder? ja ja so wenn mal dunkel schöne Jahre Zeit dann bricht immer noch irgendwelche kleine Minigames hier im Spiel ja irgendwas was man sonst alles so machen kann man kann natürlich immer umsortieren und irgendwelche Sachen craften aber mal essen ich glaube ich koche mir noch ein bisschen wohl denn kochen kostet wieder viel Strom nur eine Lampe muss sein nur eine Lampe muss sein beide Generatoren sind an jetzt müssen sich Strom relativ schnell renegerieren aktuell machen wir 2,5 Strom plus ne ja aber auch 2,5 plus und 0,8 minus also 0,3 den können wir ruhig anmachen hier die Referenie die Referenie muss gerne an wir müssen immer hier Materialien schmelzen klar aber wir haben relativ wenig Upfer so ich guck nochmal für die Windmühle Schrott haben wir Klebschrop habe ich das ich brauche eigentlich nur ein paar Schrottteile und dann brauchen wir 200 Masse ja also doch erst diesen blöden Massegenerator ne der Verwerter ist das ne der Verwerter ermöglicht die Strom Längige dann gehen wir schon zur Masse ja 1000 Strom und 100 Masse brauchen wir dafür alsobald das Bett einmal aufgefüllt ist dann sollten wir dafür erstmal sparen dann tue ich die ganzen wertvollen Rohstoffe erstmal zurück damit man davon nichts verliert ich geh mal das Bett aufladen ja das Treppenhaus hier so Bett ist aufgeladen trotzdem nicht leicht fertig ich mach mal die Lampen an hier damit die Gewächshäuser zumindest weiter produzieren noch nix erntereif hier auch nicht hier sind doch schon wieder neue Zwiebeln im Boden oder? hat da schon wieder jemand neu eingepflanzt? hier 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 Minus 6 draußen jetzt ok hier oben gehts aber ich stehe überm Feuer wahrscheinlich schon Gruselhaus hier bei Nacht so die beiden Windmühlen drehen schnell was bringt das denn eigentlich 0,07 Strom ist auch echt zu albern irgendwie aber naja schöner Fisch dabei sieht das noch ziemlich viel Wind aus 0,05 selbst wenn man 10 Windmühlen hat dann machen wir vielleicht 0,5 vielleicht mal 0,6 oder was auch immer an Strom also lieber den natürlich echt immer so dieses muss man sagen also anstellt lieber den Herd näher also den Ofen nicht so häufig irgendwie gerichtet darauf hier zubereiten weil kostet viel Strom weil natürlich trotzdem das irgendwie Sinn macht sich eine Tomatensuppe oder irgendwas einfach zu kochen ne weil es wesentlich besser ist als wenn wir die Tomaten so wegfuttern nur beim Fleisch also die Kaninchen wir haben so viel Kaninchen hier und so da würde ich sagen Fleischvorrat lieber erstmal so füllen nach Möglichkeit und Gemüse mit einer Tomatensuppe denke ich ist man da ganz gut deshalb braucht der wohl auch nicht ganz so viel Strom ne Tomatensuppe braucht 50 Strom 2 Tomaten 2 Heilkräuter und ein Wasser der Winterwolf ist da Winterwolf wir haben gar keine grünen Blätter mehr ne ne da müssen wir tauchen die Heilkräuter das ist ähm das ist ähm ne das ist ähm das ist ähm ich hab noch ein Tomatensuppe ich habe noch ein Tomatensuppe man keine ähm ich kann da leider bei der Ernte keinen Klapel drauf holen aus dem ne die kannst du kann man sich nicht vermehren so ne die Medizin ähm Blätter ja genau davon brüchte ich zwei stücke um meine Tomatensuppe zu machen aber so 20 im Kühlschrank im Kühlschrank im Kühlschrank haben wir sie kühlschrank haben wir sie lange der mich wahrscheinlich mal dazu geliefert ich dachte auch die brauchen auch für tomaten so mein gemüse haushalt muss ich einmal muss ich eine suppe kochen blau am kühlschrank hinten anstellen also was machen sie haben wir so ein hühner also natürlich auch mal so ein hühnereintopf noch mal mehr so ein prägen hühnerfleisch betoffeln und zwiebel und eine karotte wahrscheinlich gutes essen und ein wasser lieber leber drei kröter ein verleihen wollen das machen rufen noch mal upgraden wegen energie sparen sagt rufen ja ja kräuter brauchen aber nicht in den kühlschrank sagt felten ja das stimmt wohl so eine die tomaten sogar nochmals info bringt 56 obst und gemüse plus 56 und man verbraucht eben nur zwei heilkräuter und zwei tomaten aber natürlich immer auch 50 stromeinheiten ja 135 haben wir aktuell ich muss irgendwie ein paar nahegelegene tiere am besten jagen damit wir auch ein bisschen mehr fett noch kriegen wir unsere generatoren am laufen halten fleisch ist eigentlich mal das problem aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten folge leute kurze pause auf twitch schwina schreit auf youtube bis zur nächsten folge tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020